Hoi Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Beer Map. Ja, das andere kann ich nicht aussprechen. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ja, welcome, welcome back. Also, ja. Wir sind hier in der vollen Krimi. Oh, laut. Eben leer machen im Morgen, ne? Dann müssen wir auch eben den Dreschkasten leer machen. Ich hab den Steine-Sammler jetzt umgetauscht, ne? Ich hab die Kapazität geändert. Weil sonst... Oh, nee. Bist ja alle fünf Minuten anfahren hier. Haben ja auch noch andere Sachen zu tun, ne? Jetzt kommt ja der auch voran. Wir wollen ja auch da Gras noch sehen, ne? Haben ja noch ein bisschen viel hier zu tun, aber... Ist auch nicht immer so einfach, ne? Dass man da hinterherkommt. Weil irgendwas ist ja immer, ne? Ist Sonntagmorgen, wo ich aufnehme. Da hat die Sveni schon einiges vorher gemacht, ne? Guck mal. Watt mutt ab morgen, ne? Easy peasy. Fliegen ärgert mich morgen auch schon wieder. So, aber jetzt wollen wir erst morgen leer. Das wird den Dreschkasten leer machen können, ne? Eine Presse hatte ich gerade gekauft. Das hab ich schon mal erledigt, dass wir mal Schlag pressen können. Ich glaub, mehr Stroh brauchen wir auch gar nicht fallen lassen. Vielleicht kann Kurzplay dann die anderen Ecken mal dreschen. Dass wir hier auf Vorrang kommen, ne? Ist schon echt schick hier, ne? I don't know, ey. Crazy shit hier. So, wir haben 50 KMH-Schlepper gekauft. Er läuft nur 43, ne? Dafür hab ich auch fett Kohle ausgegeben, ne? So ist das. Ich weiß nicht, warum das so ist. Kommt von Kings Mutter, Schlepper. Crazy, 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 ne? Du, die Boch. Nulln hier noch, ne? Und dann der Laden läuft. Wo ist frisch geworden, oder? Puh. Richtig ungewohnt. Wir haben nur 20 Grad. Und morgen hab ich durchgelüftet. Da hab ich nur noch 19 Grad im Wohnzimmer abdrehen. Richtig schick, die Feine. Und richtig angenehm. Hier so ein Hofbräckel, ne? Weiß ich nicht, wie du es ist. Das ist ja so ein bisschen auch guckig, ne? Läuft der Laden hier, ne? Mit unserem Gras-Sumpf. Musst du heutzutage haben. Als Bauer vom Welt hast du einen Gras-Sumpf. Wegen die Grünen, ne? Und nix daneben laufen. Dann wächst der Korn direkt aus dem Sumpf. So muss der. Sollen wir mal runter da? Wir wollen los. Oh, ey. Heider nein. Irgendwas ist ja mehr. So ein Himmel, ne? Ist ja keine Ganglurte. Oh, ich werde schon fast da wieder gegen gebrackelt, ne? Egal, kriegen wir hin. Wir müssen hier vorankommen. Wichtig ist, dass das Gras in den Boden kommt. Damit die dann auch einen Schnitt kriegen. Ganz wichtig. Wirklich, das ist immer wichtig. Da ist Steine gesammelt. Dann müssen wir eine Drille kaufen. Falls mein Steine-Sammler heute noch fertig wird. Und dann müssen wir drillen. Eine Ecke drille ich selber. Ja, wir können Tante Curseplay machen, ne? Dass das anstisselt ist. Den ersten Horfen haben wir auch. Aber wir haben noch kein Heu. Sonst könnten wir Vorsicht hoppelig sehen. Das hätten wir schon mal Pferde kaufen können, ne? Oder wir kaufen eine Balle dazu. Können wir auch mal Pferde kaufen. Oder? Na, Wacken, wer ist noch? Hey, die fliegen heute hier, hey. Gib da mal Schub doch. Danke. Jetzt verstanden, wo das Gaspedal ist. Hast du das gesehen? Fahr schneller hilft nicht. Gib Schub, muss ich sagen. Dann fährt er auch mal weiter. Der steht hier gut. Da hat Svenni ja Kalk eingeladen. So intelligent, wie er ist. Ich wollte düngen, ne? Komm zu nichts. Ich komm zu nichts. Partische Lied auf dem Sofa. An relaxen. Muss auch sein auf dem Sofa. Ganz wichtig. Uiuiuiuiuiuiuiui. Kann dauern, ne? Wir können schon mal den Dreschkasten wieder einschalten, hier, ne? Letzten Borneo runterreißen. Ist ja nur noch bis oben und dann wieder zurück. Dann ist das hier erledigt. Komm, warte. Oder Zeit, ne? Wir sind hier irgendwie voll im Bummelstatus. Das geht nicht. Mich lenken die Ohrenfliegen hier. Mücken sind auch dieses Jahr so viele, ne? Boah. Bestimmt gestern ein paar tot gemacht, du. Oh, nö. Geht ihr denn? Ich fühle mich so prickelnd. Habt ihr gestern Top-Spiel geguckt? War gut, ne? Bayern-Gladbach. War voll in Ordnung. Als wenn ich sie nur reingezogen. Top-Spiel. Mit Schalke war mir klar, dass die gestern verliehen, ey. Das ist auch nicht so schlimm. Da kannst du wohl mal mit leben. Außerdem braucht man von Schalke diese Saison in der ersten Liga noch nicht so viel erwarten, ne? Nichts andere Klubs, die sind besser dran. Oh mein Gott. Guck mal, haben wir die Fläche auch gleich runter? Müssen wir dann da ganz hinten hin. Und irgendwann müssen wir auch mal unseren Schneidzwerkswagen mal wiederholen, ne? Aber da hexen wir gleich. Was wäre sonst hier nur noch? Ich glaub da und da und hier. Stroh soll wohl reichen, ne? Ja, kann stark von ausgehen, dass das reichen soll. Wie weit bist du da? Sag nicht, du bist schon wieder voll. Was ist jetzt? 8000 Liter Kapazität. Viel mehr brauchst du auch, glaube ich, nicht in Steine-Sammlereien machen, ey. Dann, ähm... Kannst du auch einen Schlepper davor hängen. Oh, er zieht's im ersten Gang. Wie ist denn hier los? Der überdimensioniert ist. Ja, der hat ja über 500 PS der Hyundai. Aber der ist richtig gut, ne? Gibt's auf FBM von AM-Modeln ist der. Richtig schickte Gerät. Bin ja sonst nicht so ein Hyundai-Fan, aber den mach ich wohl leiden, ne? Und schön mit IC und so läuft. Und hier mit den Startlern, dann geht mir auf die Zünder. So, machen wir eben die Gerätwechselung. Machen wir F1. Ich würd gerne Dings ausschalten hier. Strohablage. Ich hoffe, du hast das gemacht. Ja. Müsste eigentlich passiert sein. Ja, dann lasst uns mal diese komische neue Frucht mal gucken, was da so von... ...so da ist, ne? ...kenn ich nämlich nicht. Hier ist extra eine neue Frucht. Oh, wir müssen auch die Garage runter machen, ne? Linsen, oder was ist das? Häckselst du? Ja, Premium. Ich kenn das nicht. Lin... Linsen sieht. Linsen, oder was ist das? Ein Plan. Wir holen uns mal runter von der Fläche. Damit wir hier ans Schlüssel kommen. Oh, wenn die Hälfte stehen lässt, wenn die, dann kann das nix werden. Oh, ich hab wieder nicht nachgeguckt, ob CP hier arbeiten kann. Asche auf meinen Haugen. Alter, das ist aber auch ganz schön fett in der Tracht bei, wa? Moin. Und nicht mal unten schon tausend Liter hinter. Hei da nei. Ja, das ist ne Menge. Guck, guck, guck. Hier so wieder rumgeschossen, ne? Ab und zu mal auf die Uhrzeit achten. Ja, läuft noch. Heute ist auch wieder auf YouTube komisch, ne? Mit hochladen und dann klappt dies nicht und dann dies wieder. Hey, Mensch, mal ist YouTube-Bauung raus da. Was willst du machen? Nix. Kannst auch nix drum machen. So ist das. Der Kall hat auch meinen ganzen Sonntag wieder durcheinander gebracht. Äh. Der ist so. Der ist einfach ein fein Fitti. Da kannst nix dran machen, ne? Kalle ist einfach ein fein Fitti. Guck mal, dann haben wir hier auch die erste Born von unseren Linsen oder was da sein soll. Oder Leinsaen oder... Ich muss ja mal googeln. Wir sind ja heutzutage in Google-Zeitalter, ne? Selbst das Fenni muss mit diesem Zaun der Zeit mal so langsam mitgehen, ne? Wenn man nicht wat weiß, einfach googeln. Und so hat man so'n Teil. Gute. Gute. Lauft. Guck, guck. Cool, ne? Ja, ich würd' sagen, wir holen gleich mal die... Ne, 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 ne. Ich weiß noch nicht genau. Wir könnten anfangen zu pressen, ne? Das wäre ganz sinnig. Nicht, wie die Flächen auch freikriegen. Aber wir müssen die auch noch fett ernten, ne? Das hast du auch nicht vergessen. Ist manchmal nicht so einfach. Wolldem, wenn nix hieß. Guck, da müssen wir hin. Ha! 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 Aber, liebe Leute, ich sag jetzt erst mal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Und wenn's euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nix mehr verpassen, dann würde ich euch echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!